Hey, Servus Leute, hier ist der Flo vom Session in Waldorf und ich bin heute zu Gast oder zu Besuch nebendran bei mir in der Akustikabteilung, beim Klaus. Klaus, was gibt's denn Neues? Ja, was soll ich da sagen, Flo? Sommer, Sonne, Sonnenschein, gute Laune, was brauchen wir da noch? Okulelen. Haben wir hier in der Abteilung, in den Soprangrößen, Konzertgrößen, Tenorm, haben alles da, verschiedene Holzarten von Ortega, von Martin, von Carla, Gengenmarken. Tja, sollen wir uns mal die anhören? Oh ja, würde mich freuen, ja. Oh ja, würde mich freuen, ja.